willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja und ihr habt es im thumbnail gesehen mal wieder im thumbnail gesehen so fangen ganz ganz viele folgen von mir an ich hoffe ich betreibe immer kein clickbait vom thumbnail aus video denn wir wollen heute zweimal eine queen machen oder zweimal zwei queens ne zweimal eine queen nämlich hier beim avatar es geht ja wirklich wirklich super super schnell vor allen dingen mit dem gold passier oder wenn du noch eine rune hast oder was auch immer und ich habe meine meine queen jetzt schon auf 48 ich habe sie für ein event am 31 eigentlich auf level 47 gemeldet weil ich gedacht habe die geht nicht weiter aber ich habe dann heute mal oder ich habe gestern so ein bisschen weiter gesponnen habe gedacht naja da geht ja da geht ja vielleicht form vom nächsten ck oder vor dem großen ck dann am 31 auch mal ein bisschen mehr und bin auch hier im laufenden ck beziehungsweise alter was ist das denn der max der max hat hier schon zugeschlagen mal sehen der max hat allerdings schon eine max queen also für ratos 11 hat der maxi schon eine max queen und dementsprechend gucke ich einfach mal wie er das da macht er ja was das passt so mal sehen wie die base hier gemacht hat mit minern ok queen rock meiner mal sehen also so ein bisschen hat er sich noch hoch geballert hier mit einem macht rang finde ich auch sehr sehr nett immer wieder ich meine ich nehme sie mittlerweile ja auch aber ich meine wer jetzt so ich will nicht sagen loyal ist aber wer hier in den klang kriegen weil er auch die sterne haben möchte und hier für den clan da ist seine machtränke regelrecht verballert wie der max das hier manchmal macht alter 3x bogen jetzt an e2 sind zwei und die queen das ist ja das ist schon heftig feuer okay da hat er so gezündet im ratos 11 bereich nicht ganz so schlimm finde ich aber er hat jetzt beide helden hier schon mal bekommen clan burg ist jetzt noch am leben allerdings sind da hinten das ist das ist schick hier zwei magier dahinter wunderbar die ist auch schon mal weg und die kriegt hier feuer dass der hammer mal sehen ob er die noch hochkriegt ja die kriegt er noch hoch donnerwetter 50er queen habe ich gleich hoffentlich auch mal sehen ob ich die gleich hoffentlich auch habe und sie dann später im live ck dann mache also der live ck das mit da müsstet ihr jetzt in die vergangenheit reisen denn das wird ein stream sein dem ich nach der aufnahme dieses videos mache ist auch immer wieder witzig ich nehme manchmal ja so ein paar kurze kürzere sachen auf vor allen dingen wenn ich am mittwoch stream ich bin jetzt eben erst nach hause gekommen es ist schon relativ spät ich nehme die jetzt noch auf hierfür den donnerstag dass ihr zumindest gewisse sachen von mir mit bekommt ein bisschen feiert wie macht der toto das eigentlich wie kriegt er seine helden immer hoch denn ich habe auch auf dem schief den king mittlerweile auf 30 den habe ich mir auch heute hochgeballert nicht mit einem buch sondern mit mit jams das war mir egal das waren jetzt 700 jams oder so oder 780 weiß ich gar nicht aber der hat auch so viel jams und der bleibt jetzt ja erst mal rathaus 9 von daher in der zeit bis der auf 10 geht habe ich so viele jams mit dem wieder gesammelt dass ich ganz ganz locker irgendwann auch mal mit dem auf 10 gehen kann aber das ist auch cool der heiler heilen meiner auch das ist sehr 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 nett wenn die hier die meiner heilen also ich meine sie können ja immer nur heilen wenn die dann wieder auftauchen und so verletzt sind aber hier hat er jetzt noch ein single entfernt ist natürlich optimal kein multi am ende zu haben und hat auch noch ein halbzauber also alter falter krasses teil doppelbombe hier auch mal um donnerwetter hier unten war noch zwei bogenschütze sind okay krasses teil okay max hat vorgelegt 8 auf 8 ich hoffe ich habe nachgelegt das weiß ich nicht da wie gesagt müsst ihr bei twitch in die vergangenheit schauen aber ich schaue jetzt in die zukunft hier indem ich mir jetzt sieht die queen hier auf level 50 ziehe ich habe jetzt ein bisschen dunkles ich weiß ich habe ich weiß ich habe ein wenig dunkles aber ich habe auch hier da ist es ich habe hier ein heldenbuch nein ich habe hier noch kein heldenbuch wo sind meine geplanten heldenbücher toto ist unvorbereitet in eine folge gegangen das natürlich doof aber irgendwo hier gab es für mich noch ein heldenbuch glaube ich zumindest da ist es da ist es book of heroes und ich hatte hier glaube ich auch noch eine rune aber die rune nehmen wir erstmal glaube ich hier aus dem rathaus und holen uns erstmal ein volles lager das musen wir erstmal hat ja ich kann es jetzt nicht ganz voll machen weil es ist mir nicht gelungen alles auf null zu machen hier also dass gerade das dunkle hier wenn du dann nicht nur dunkle truppen baust oder so dann geht es halt nicht dann geht halt ein bisschen im bach runter ich weiß das ist ganz ganz traurig gleich wird noch ein bisschen mehr dem bach runter gehen das ist noch trauriger aber 156.800 kostet die queen hier die nehmen wir uns und wir nehmen sie auch gleich mit im buch rein hier und dann können wir nämlich hier aus der aus der leiter oder aus der aus den rewards hier die nächste dunkle rune holen da da wo ist hier die rune wo ist hier die rune das war schon die rune die habe ich schon eingesammelt ich brauche nur warte mal brauchte ich nur die rune und auf gold ach ich habe die schon eingesammelt gehabt das ist natürlich echt doof ich habe die schon eingesammelt gehabt das war gerade die rune das ist ja jetzt mal doof okay das ist ja mal sehr sehr doof da habe ich gar nicht weiter gedacht aber ich habe eine idee leute wir holen uns erst mal dass das buch der helden das holen wir uns in jedem fall mir fehlen jetzt noch 80 hier in dem pass hier da muss ich jetzt gerade naja irgendwie habe ich da ich habe ich habe irgendwie habe ich da blöde gerechnet scheinbar irgendwie habe ich da echt mal blöd gerechnet mir fehlen ja 80 mal sehen die müsste ich eigentlich rein bekommen ich glaube es gibt ein neues event 200.000 elixier hier zu machen ich glaube das kriegen wir irgendwie gebacken irgend mit mit irgendeinem gegner kriegen was hierhin aber ich habe schon idee wo wir das heldenbuch in jedem fall einsetzen können also so ist es nicht an ideenlosigkeit mangelt es mir nicht aber scheinbar an gegnern denn wir finden jetzt gerade shit der genug elixier uns hat wollte ich gerade sagen aber der hier hat genug elixier uns denn 200.000 glaube ich müssen wir machen und der hat hier ganz ganz viel 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 mehr okay ja okay das also das ist jetzt echt doof ich habe gedacht ich hätte zwei heldenbücher beziehungsweise zwei dunkler ruhen aber scheinbar hatte hatte ich doch schon mal im laufe der zeit eine dunkler ruhe genommen das macht aber nichts also holen wir uns dann das zeug hier denke ich mal wieder ich habe jetzt natürlich drei heiler ok was kann man denn mit drei heiler machen was kann man mit drei heiler machen ich nehme mal die karriere mein mann 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 naja ok ok so wir gehen hier mal rein 12 ein heiler da mal sehen was die so reißen können und das ist jetzt echt doof weißt du da planst du hier fett deine folgen und da macht da mache ich so sonnen mist daraus jetzt habe ich auch noch mau aber hier dabei und auch noch ganz 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 viele ok wir wir ziehen jetzt mal dass das beste aus dieser folge das heißt wir machen unter umständen einfach mal ein bisschen mehr wir machen unter umständen einfach mal ein bisschen mehr als das wir normalerweise machen oh die latschen meine ganzen bowler latschen da außen rum mit denen hier aber wir haben hier in jedem fall etwas in der mitte und können hier auch springen da haben wir mal rein in den sack hier einmal hier den worden gezündet und einmal durchgeheilt jetzt bin ich ein bisschen ich bin ich muss sagen ich bin so ein bisschen wo mich gerade denn das ich will jetzt nicht sagen dass ich gerade wieder ein bisschen ab aber es stört mich es stört mich doch unheimlich wo sind ja meine ganzen truppen da hinten sind auch ein paar riesen ok dann nehmen wir die beiden hier mal in die pflicht hier war ja ok wir finden das rathaus das schon mal nicht schlecht dann wollte ich den nur giften hier den king kommen queen ich habe jetzt ich will dich nicht zünden aber da hinten hängen die heiler auf ok da hinten hängen die heiler auf mal sehen ob wir hier nicht noch ein paar prozente reißen können 55 also ein bisschen geht da noch naja ok aber wir haben glaube ich waren das jetzt 200.000 ich hoffe ich hoffe es mal für mich ich hoffe es für mich dass das die 2000 waren aber die machen hier nicht mehr die mehr prozent aber das ist eine fast tote base hier der ist verschossen hier oder im ausbau kann man jetzt ganz ganz schlecht sehen 60 prozent ich glaube viel mehr die holen ja jetzt keine ressourcen mehr ok 438 alter habe ich echt lack gehabt denn jetzt habe ich die 80 punkte im sack ich habe die 80 punkte hier im petto und jetzt muss ich mal eben sehen jawohl wir haben den gold pass ich habe den gold pass fertig ich habe den gold pass fertig und hole mir erstmals heldenbuch und den olenskin hier war wie ärgerlich wie ärgerlich mit dem mit dem dunklen eigentlich war hier oben eine dunkle rune die habe ich jetzt irgendwie verpeilt die kann ich nicht claim hier die muss jetzt mal vor ballern leute 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 so geht es natürlich nicht also so funktioniert das nicht wie ich das jetzt geplant habe die pennt jetzt auch noch ein bisschen dann müssen wir es halt so machen ich habe noch 918 marken kommt leute ich bin jetzt ich bin jetzt nicht der der sagt wir wechseln hier zweimal oder wir mixen hier in helden sondern holen uns hier ein hammer hammer of heroes 165 und machen die auf 50 ich will die auf 50 haben ende im gelände ist das schwierig ist das immer schwierig hier ich habe mich echt mal so vor ich habe mich so verzettelt hier dass ich wirklich gedacht habe dass ich eigentlich zwei dunkle ruhen hätte dann hätte ich die beiden dunklen ruhen benutzt okay jetzt habe ich natürlich hier hinten neun millionen gold ich habe auch noch ein bisschen was in der clanburg und ich habe jetzt ein ich habe jetzt ein heldenbuch ne ja ich habe ein heldenbuch und nicht genug dunkles aber das ist echt ärgerlich dass das ärgert mich muss ich mal so sagen macht aber nichts ich würde ich würde vorschlagen der kollege hier kann fast hochgehen fast ich habe noch ein bisschen in der clanburg also haben wir heute noch ein helden mehr gemacht wir haben heute noch eine helden mehr gemacht denn in hier den baller war uns hoch für sieben und machen ihn auch gleich fertig dann hat das heldenbuch wenigstens ein bisschen sinn denn ich hole mir mit diesem account hier auch die nächsten pässe und krieg sowieso noch helden bücher ein also habe ich kann ich jetzt auch für den 50er ck am 31 50 45 17 melden das war ein bisschen anders und ich hoffe ich hole ich hole mit meiner max queen hier auch zehn miller haben wir jetzt die wir jetzt in irgendeine verteidigung stecken können ich muss mal gerade gucken ich bin heute übrigens so gekommen wie ich wie ich gekommen bin also stört euch da nicht dran archertower kanone townhall riesenbombe archertower kanone wenn ihr mal ein archertower als erstes glaube ich das passt so dann haben wir noch einen freien bob der kann mir hier die alte gem kiste abholen denn mit dem brauche ich so ein bisschen gems um ab und zu mal ein bisschen rum zu boosten ich dachte gerade gibt es eine dunkle rune für 3 für 3000 gut dass es die dunkle rune hier erstmal nicht gibt okay ziel erreicht ziel erkannt also immer so ein bisschen ziele voreinander haben ich hatte halt das ziel heute richtig viele helden zu machen vor allem zwei level für die queen hier das ist mir auch gelungen und wir haben noch ein borden level drauf gelegt und ich habe noch ein level beim schief drauf gelegt das habt ihr jetzt war nicht gesehen aber ihr werdet den sehen max radhaus 9 haben mit 30er helden also auch richtig krasses ding ich gehe jetzt nämlich in live stream also ihr müsst so ein bisschen nach hinten google den live stream findet die übrigens only of twitch vom mittwoch ich hoffe auch der hat euch gefallen hat euch die folge gefallen lasst mir am ende einfach einen daumen nach oben da ist jetzt ein bisschen kürzer geworden aber da ich am mittwoch beim stream und wenn ich lange weg bin werden meine videos halt manchmal ein bisschen kürzer sonst kann ich sie irgendwie mitten in der nacht dann nicht nicht mehr aufnehmen nicht mehr abdrehen ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm gewesen ich würde sagen bis dahin also zum nächsten flash wochenende euer toto fläschte